Hallo, ich bin Peter Femfert von Die Galerie. Seien Sie herzlich willkommen heute bei meinem Besuch bei Rissa. Rissa, die Gattin von Karl Otto Götz, der nun leider vor vier Jahren im Alter von 103 verstorben ist. Aber Rissa ist auch Künstlerin und sie malt wieder. Nachdem sie 15 Jahre pausiert hat, um ihren Gatten zu pflegen, sich um ihn zu kümmern, hat sie wieder angefangen zu malen. Und wir machen eine großartige Ausstellung mit ihr, auf die ich mich sehr, sehr freue. Rissa. Hier wohnt sie und hier wohnten beide zusammen mit Atelier und so weiter. Mitten im Westerwald. Oh, hallo liebe Rissa. Hallo, hallo. Da ist auch noch eine andere Dame hier. Da ist noch jemand, der filmt sogar für uns. Können wir gleich mal das Atelier hin? Wir können das Atelier hin. Das ist das Atelier von Rissa und Karl Otto Götz. Das ist jetzt das Atelier von Rissa. Früher war es das Atelier von Karl Otto Götz. Das ist das letzte Foto von Karl Otto Götz. Das war schon 103. Ja, und das ist die Highsicht, diese Richterin, die in Berlin, die jungen Leute, die was verbockt haben, schneller ins Gefängnis bringen wollte. Und das Bild habe ich seit 2010 angefangen und dann hatte ich so viel Stress beim Pflegen. Da habe ich gesagt, ich male nicht mehr und habe dann aufgehört. Und dann habe ich 18, als ich meinen 80-jährigen Geburtstag hatte, da habe ich eine Ausstellung bekommen. Und da habe ich gedacht, dann wollen die ja ein neues Bild haben. Und dann habe ich das noch zu Ende gemacht. Das ist also 2010, 2018. Das würde ich nie verkaufen, weil das finde ich so ausdrucksstark, muss ich ehrlich mal sagen. Ich lobe mich ja sonst eigentlich nicht, weil es so zwischen Tod und Leben schwebt. Und das ist ein spätes Bild auch von Karl Otto. Und da hat er einen Schwung gemacht. In einem hat er noch gestanden und das liegt ja dann auf der Erde. Und dann hat er diesen einen Schwung gemacht und einen Nagelzug. Mehr und mehr Kraft hätte er nicht gehabt. Deswegen mussten die Bilder so knapp gemalt werden. Ja, wenn die Kraft nachlässt und er muss das dann auf der Erde machen. Er steht ja dann alleine, hatte Gott sei Danks an Hüften. Dann hat er dann mit einem großen Pinsel und dann mit dem Rad wieder. Und dann waren wir froh, dass es so geklappt hat. Wenn das hässlich gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, nee, können wir nicht lassen, ist vorbei. Meine erste Frage heute ist, wie war deine Begegnung mit Karl Otto Götz? Ja, ich habe ja von 1961 ab in der Kunsthäume Düsseldorf studiert. Und dann hatten wir eine Probeklasse und da bin ich rausgeflogen. Und da bin ich nicht wie alle anderen einfach brav nach Hause gegangen, sondern ich habe unten im Flur vom Hausmeister laut geschrien, ich verlasse diese Akademie nicht und habe das öfter wiederholt. Das war laut. Ja, war riesig laut. Und da kam zufällig ein Studienkollege, der das Ding bestanden hatte und er sagte, komm, wenn es dir so nahe geht, dann suche ich dir hier so einen Lehrer. Und unten waren die ganzen Privatateliers und da hat er geklopft und dann hinten hat er dann eins geöffnet gefunden und da trat dann der Karl Otto raus und sagte, ja, ja, wenn Sie wollen, dann können Sie sich ja am Samstag mal herschicken um elf. Und dann hat er mir diese Botschaft gebracht. Ich war schon recht zufrieden, bin nach Wurrum zu meinen Eltern wieder gefahren und dann habe ich bis Samstag schnell noch gearbeitet. Dann habe ich die neuen Arbeiten mitgebracht und bin dann wieder um elf Uhr in Düsseldorf erschienen und Karl Otto machte die Tür auf, nachdem ich geklopft hatte. Und dann standen wir uns schon Auge und Auge gegenüber und da wusste ich schon, das ist mein Schicksal. Und eines Tages wusste er, dass er mit mir zusammenleben will und dann haben wir letztendlich 1965 geheiratet. Toll. Wie hast du dich als Malerin gegen eine so starke Person, eine so starke Persönlichkeit wie Karl Otto behaupten können? Also weiß Gott, Karl Otto war insofern eine sehr starke Persönlichkeit. Er hat ja nicht viel Krakeel gemacht und hat auch nicht immer rumgedonnert oder so, sondern er hat immer gewusst, was er wollte und was er dachte. Und wenn irgendein Quatsch um ihn herum zum Beispiel erzählt wurde, wo er meinte, so ist es nicht, dann hat er immer nur ganz lakonisch gesagt, wenn ihr wüsstest, wie es wirklich ist. Und so eine Sätze, die habe ich natürlich dann auch gehört. Und ich war damals ein ganz stilles Mädchen oder Frau, junge Frau, die überhaupt nicht so rumgeredet hat. Und wenn man mich heute erlebt und mir stellt einer eine blöde Frage, da sage ich sofort, also was haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die Frage gar nicht stimmt oder so, da fange ich sofort an zu reden. Damals überhaupt nicht. Da habe ich nur gern lernt. Von ihm habe ich nur lernen können. Ich habe vor allem die naturwissenschaftliche Denken über die Welt, das habe ich von ihm gelernt. Und das geisteswissenschaftliche Denken, was in Deutschland in der Schule so üblich war, da ging es immer um, wird Deutschland kommunistisch oder wird es nicht kommunistisch, links und so weiter, das interessierte ihn im Ort gar nicht. 2018 hast du wieder angefangen zu malen. Wie ist dein Anspruch an deine Malerei? Ja, ich bin ja auch durchs Informell gegangen und ich habe also die Abstraktionshöhe, das ist so ein Wort, was Karl Otto auch mal benutzt hat, die Abstraktionshöhe, und das würde auch auf den Raphael zutreffen, eines Bildes macht die Größe eines Bildes aus. Also die Bedeutung, wenn die Künstler wirklich jeden Punkt an dem Bild, jedes Flächenstückchen sozusagen kontrolliert malen. Und das ist für ihn der bedeutende Künstler. Und er hat ein riesiges Kapitel jetzt hinterlassen, ich will ja noch ein Buch von ihm herausgeben, hat er noch Text hinterlassen, da hat er Malen und Gefühl angesprochen. Und da hat er also gegen diesen Satz, der immer gesagt hat, ich male meine Gefühle oder sowas, da hat er gegen den polemisiert, da ist er angegangen, also das lehnt er ab. Wir Künstler malen nicht Gefühle, sondern wir malen Farbempfindungen, Ausdehnungen. Und das sehen wir dann, das ist zu hell, das ist zu dunkel, das ist zu breit, das ist zu kurz und das ist zu dies. Und wenn wir das dann sehen, im Ensemble, das ganze Bildvermögen, in der Bildkonstruktion, wenn wir das dann sehen, dann sagen wir, also hier, das muss dann kleiner, das muss dann heller, das muss dann röter, das muss dann blauer und so weiter werden. Und wie findest du deine Ideen für deine Bilder? Meine Ideen, ja. Die sind auf ganz verschiedene Weise ein, entweder, naja, also nehmen wir mal jetzt, einer der letzten Bilder mit dem Corona, Fledermaus spuckt oder schluckt, wo so eine Fledermaus mit einem Virus im Maul gemalt ist, da ist natürlich die Aussage ganz profan, diese Corona-Sache. Das ist ganz profan. Oder ich sehe irgendwo, also ein anderes Beispiel ist, ich war mal in Italien und da lag ich ganz alleine am Meer mit Sandstrand und da war ich noch jung, ganz jung und da haben sich natürlich auch Männer um mich herum so platziert, so ein bisschen Abstand und die guckten immer auf mich und ich habe immer so getan, als wenn ich tot wäre. Also ganz still und nix und gar nix und der eine ist mit Gummistiefeln angekommen und die hat er ausgezogen und ich sah die da so in der Fernung und habe mir da nichts bei gedacht und auf einmal war dann der so langweilig mit mir, da wussten, wenn das Mädchen sich noch nicht mal bewegt, wenn wir hier sind, da ist ja wohl nix zu holen, da sind sie abgezogen und der eine hat sich seine Gummistiefel wieder angezogen und da waren Skorpionen drin und daraus ist dann das Skorpionenbild. Da ist nämlich ein Gummistiefel und davor ist ein Skorpion. Das ist so ein Erlebnis aus dem Leben. Und hast du eine sehr eigene Ikonografie in deiner Malerei und die hat sich ja doch geändert im Laufe der Jahrzehnte. Deine frühen Bilder sind ganz anders und die heutigen Bilder haben diese wunderbare farbliche eigene Ikonografie, deine eigene Erfindung deiner Bildinhalte. Wie ist das entstanden? Also ich habe ja früher immer noch mit diesem Duktus rumgefummel. Duktus ist der Pinselschlag und man sieht ja an dem Bild zum Beispiel das Geheimnis, wo also mein Gesicht ist, da habe ich nur einen Mittelscheiden und da sind die Männerhände, da sind Männerhände vor den Augen, das heißt das Geheimnis, das ist also seine Hände habe ich damals schon gemalt und mein Gesicht. Und da sieht man ja auch an den Farbwürmern, die da so sind, dass ich da immer noch sage, will ich nur einen Pinselschlag Duktus oder will ich eine Abstraktion? Das sind ja alles Abstraktionen, da ist ja der Duktus nicht mehr so als, wir müssen nur so die Kirsche, müssen wir nur so rund kriegen und dann machen wir halt so, das nicht. Sondern hier habe ich das ja schon alles geklärt und ich habe nur den Umriss vom Profil und vom Apfel und vom Zweig und das andere mache ich alles völlig abstrakt. Und in diesem Zustand ist auch die Halsichter gemalt und deshalb finde ich jetzt meine Malweise ist jetzt so abgeklärt, ich habe alles abgestreift, was also klassisches Malweise bedeutet und ich habe aber dadurch, dass ich so die Farben so aneinander, sagen wir mal, früher habe ich gesagt Schnipsel mache, im Gesicht, könnt ihr sehen, kriege ich eine viel schärfere Farbigkeit da zustande. Trotzdem, in all deiner eigenen Malerei, die sehr typisch ist für dich, finde ich immer in der einen Ecke oder der anderen Ecke ein kleines Carlotte Götz, ein Pinselstrich von Carlotte Götz, das ist ja wunderbar, in Erinnerung sozusagen, in Memoriam. Ja, das mache ich manchmal, nicht in allen Bildern, aber oft passt das auch gut. Wie großartig, hier sind wir im Atelier von Rissa und Carlotte Götz. Beide haben hier gemalt, die eine Rissa in dem Raum und Carlotte Götz in diesem großen Raum, aber heute sitzen wir natürlich vor den vielen Bildern, die wir in unsere großartige Ausstellung nach Frankfurt bekommen und ich bin sehr glücklich und sehr stolz sogar, muss Liebe Rissa, hier sitzen wir vor Beatrice, ein Gemälde von dir vor kurzem entstanden. Nicht vor kurzem, das ist ja 1969 schon entstanden. Was für ein schlechter Kunsthistoriker dir hier gegenüber sitzt, der nicht einmal genau das Datum der Bilder kennt. Also dieses wundervolle Bild Beatrice mit den beiden Hasen drauf, kannst du etwas dazu sagen? Na ja, ich habe ja Kunstgeschichte, habe ich Jugendstil gemacht und da bin ich auch auf Rosetti gekommen und bin auch mit dem Namen, dem Modell Beatrice in Verbindung gekommen. Da suchte ich ein ausdrucksstarkes Gesicht mit Locken und so weiter und da habe ich halt das als Modell genommen, die Beatrice und habe dann natürlich meine Privatthematik oder Allegorie da reingesetzt. Also ich male Bilder, die alle eine geheime Botschaft an die Betrachter geben, aber das ist nicht irgendwie linear, christlich oder sonst was, sondern das ist eben in unserer modernen Welt von allem etwas. Und hier ist also die Beatrice vor einem Gitter, hinter einem Gitter, das Gitter ist vor ihr und mit ihr sind zwei Hasen da, also einer von der Seite, ein dunkler und ein heller von vorn. Und damit habe ich schon symbolisieren wollen, wir sind alle im gleichen Gefängnis, die Tiere und die Menschen. Der Affe ist jetzt vor dem Gitter, der Affe ist hinter dem Gitter. Hier sind die hinter dem Gitter, aber du kannst natürlich sagen, die sind auch. Da ist es auch hinter dem Gitter, der Affe ist auch hinter dem Gitter. Der ist vor dem Gitter, weil hinten gelb, da wäre ja dunkel. Der kommt jetzt von der schönen Sonnenanstrahlung. Ah, der guckt von draußen in das Gitter hinein. Und wir sind im Gitter. Und wir hier sind schon im Gitter. So, dieses Bild zum Beispiel, was da drüben steht, das ist der Kopf eines Menschen, der herausfragt... Ja, das ist eine Pferdeleutpuppe, das ist mein Thema Umweltverschmutzung. Also ich wollte nicht da so eine olle Flasche rausragen lassen, eine Plastikflasche oder irgendeine Bahne, sondern ich wollte etwas Künstliches da rein ins Meer und eben kein Baby. Und der Mensch erwartet ja ein Baby, wenn überhaupt, aber es ist eine Pferdeleutpuppenkopf. Das ist also auch ein Kunststoff, der im Meer rumschwimmt, der gehört da auch nicht rein. Und diese kleine rote Fläche, die heißt Achtung Rot. Das Bild heißt ja auch Achtung Rot. Das ist also ein Stückchen Kunststoff, aber das ist nur, wenn man das mal mit dem Finger weghält, dann merkt man, ist das Bild auch ganz nett. Aber so kriegt es noch eine gewisse pikante Note. Und das interessanteste Bild in diesem Raum ist natürlich diese unglaublich große fliegende Engel, den du hier hast. Und der kommt von der Erde und hat als Antrieb seine Pulsadern geöffnet. Und auch aus dem Finger kommt da Blut raus. Und das ist der Antrieb von der Erde, kommend heißt das. Also es ist ihm nicht gut bekommen, nachzugucken wie es den Menschen geht. Der guckt also von oben auf die... Ne, der fliegt ja von unten nach oben, der fliegt ja da hoch jetzt. Aber guckt auf die Erde runter. Ja, ja. Guckt auf die Erde und... Er hat die Nase voll. Die Erde unten ist dieser Strahl von Karl Otto Götz, sozusagen. Und der fliegt in die Nacht hinein, sozusagen. Ja, der zu Gottes Füßen und berichtet ihm, was da unten vor sich geht. Du hast eine völlig schlechte Arbeit gelassen. Denn da kann man natürlich schon sehr deutlich deine, dass ich später noch viel stärker daraus entwickelte Ikonographie erkennen. Die Art und Weise, wie du malst. Wie sie zum Beispiel da hinten in dem Bild des arabischen Mädchens mit dem Schleier... Die Wüstentochter. Die Wüstentochter, genau, zu erkennen ist. Also das ist... Das hat was mit dem weiblichen zu tun. Ich würde gerne so Stöckelschuhe heute noch tragen, kannst du dir vorstellen. Weil ich das schön finde eigentlich, obwohl das anatomisch schädlich ist. Und jetzt habe ich da aber das gestört, weil ich das ja nicht mehr kann. Da kommt jetzt eine Hornisse angeflogen. Und dieser schwarze kleine Fleck auf dem... Ja, auf dem Bein. Den musste ich aus ästhetischen Gründen hin machen. Also eine Zätowierung. Weil wenn du das mal zuhältst, dann ist das Bild halt diese pikante Art nicht mehr. Also das ist in derselben Linie wie das schwarze... Das kleine Quadrat, das kleine schwarze... Ja, das muss da hin. Da kriegt das Bild... Da kriegt das Bild... Da kriegt das Bild... Da kriegt so ein stolzes Ding. So, und das ist das... Das kann ich nicht mehr tragen und das kann ich nur noch tragen. Die Turnschuhe sozusagen. Also so flache, feste Schuhe. Und dann ist das ja eine Schmalzfliege. Das ist ja auch eine Fliege, die schon an der Verwesung rumnagt. Also da bist du schon... Oh, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ne, ne, aber das ist alles bei mir mitgedacht. Erstaunlich, was für eine Vielfalt an Themen du hier in deiner Malerei verwendest. Das stimmt, muss ich wirklich sagen. Die ist sehr breit und sehr groß angenehm. Man kann das eigentlich gar nicht sagen, dass die nur... Man kann sagen, die malt Tiere, die malt Pflanzen... Die malt Flaschen. Die malt Flaschen, die malt Menschen, die malt Nonnen, die malt Hände... Also das ist alles komisch bei mir. Die malt Umweltverschmutzung und Meere. Ja, ja. Aber das liegt natürlich daran, dass wir so viel Information auch verarbeiten können. Wir sind ja nicht mehr so engstirnig, dass ich jetzt nur noch Nonnen malen kann. Und jetzt habe ich die große Ehre und das Vergnügen, eine große Ausstellung mit etwa 35 Bildern von dir zeigen zu dürfen. Und ich bin sehr glücklich darüber. Das freut mich sehr. Aber das hat natürlich was mit unserer Freundschaft und unserer Beziehung zu tun, die wir beide, aber auch schon vorher zu dritt, mit Carlotte noch dabei... Und zu zwölf deine... Meine Frau... Stefania war hier, die hat gesagt, hat immer auf die Bilder von mir geguckt und hat gesagt, weißt du deine Bilder, deine Bilder... Die hat immer meine Bilder eigentlich hervorgekommen. Aber ich finde es auch sehr schön, denn ich bin ja jetzt nicht mehr so jung und man weiß nicht, was aus mir wird. Da freue ich mich aber wirklich, dass jetzt mal so eine bedeutende Galerie das auch macht. Denn ich finde meine Bilder haben schon Wert im Künstlerischen. Mit der Lantern zu haben... Ich bin ja nicht mehr so wichtig, dass wir die Bilder von mir vorstellen, Und ich habe ja dann Louis jetzt nicht mehr so, dass sie nicht mehr so, dass sie nicht mehr so weit alles hat. Musik Musik